Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Nico am Start mit, diesmal Yannick009. Ja, hallo. Genau, wir sind am skypen. Und ja. Wir bauen, also ich hab hier schon mal im letzten Part, also ein bisschen offscreen hier die Wand weggerissen. Und der letzte Part war auch ein bisschen kurz. Er macht hier das Gras weg so lange und, ach, das hört sich schwer an. Und ich mache hier am Haus weiter. Haben wir eigentlich noch, wir haben kein normales Holz mehr, das ist ein bisschen schlecht, ne? Dann weißt du ja, was du jetzt zu tun hast, ne? Mit mir. Ja. Ja, warte, ich mach schon mal Spitzhacken, ne? Nicht, dass wir gehen Holz holen. Ja, ach ja, extra. Meine, meine Güte. Also kein Tropenholz, normales Holz, ne? Wo bist du? Ja, ich... Ach Mensch. Ich bin Tropenholz schöner. Ich nicht. Ja, schon, aber das wird für die nächste Ebene dann. Warte, mach... Hast du, äh, Reis Minimap? Nee. Ja, dann mache ich hier einen Waypoint hin. Haus. Ja, dann noch einer, der ja jetzt hier war. Also jetzt war Leon schon drauf und Yannick drauf. Also wir sollen jetzt hier Holz abbauen, äh, Holz abfahren gehen und hier nicht weiter Gras abernten gehen, ne? Hm. Da vorne ist normales Holz. Ja, er kann doch zwischendurch Tropenholz abbauen, ne? Weil... Weil die nächste Etage wird etwas größer. Dann. Ne? Ja. Das heißt also, ihr ist auch Tropenholz? Ja, also, obwohl ich eigentlich schon, glaub, drei, vier, sechziger Stacks Tropenholz hab, aber von mir aus kann... Ich glaub, der Server leckt etwas. Hm, gut, mir nicht. Ich bin jetzt eigentlich zu voll hier um. Ach, egal. Kann man später mal machen. Warte mal kurz, ich guck mal kurz. Hm, Nitrado. Meine Server. Hm, geht eigentlich. Einfach. Ach, da vorne bist du ja. Hui. Habt ihr eigentlich schon einen Garten? Nee. Eigentlich wollte ich jetzt alles in den Parts jetzt machen, in den nächsten. Hast du eine gute Vorstellung vom Haus irgendwie? So etwas in der Richtung? Nö. Nicht so der Typ, die Vorstellung. Ähm, ja, jetzt wird's nachts, das ist ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, ob ich Monster anhab oder aus. Aus wär cool. Ja, aber das ist scheiße. Da war ein Schankfehler grad. Kuh, Kuh, Kuh. Wir haben auch schon, äh, viel Leder. Hast du was gesehen? Ja, aber, ähm, wollt ihr die Kühe nicht fahren oder so? Ja, es wollen ja immer neue. Ja, oder dann? Ich glaube, so als nächstes Ziel, äh, werde ich, so ein, ein Zaubertisch machen. So ein Keller halt. Oh, jetzt habt ihr die Server-IP gesehen. Hm. Ach, die können sowieso nicht drauf, weil ich ne White-List drauf hab. Tja. Tja. Ach, bis dahin hab ich sowieso ne neue IP, weil das selber am Morgen abläuft. Tja. Sonst können sie ja mal versuchen, mit Quecke draufzukommen, aber was sollen sie schon machen? Ich hol sowieso nach jeder Aufnahme-Mulch die Welt runter und tu ne andere drauf, wie Wasch oder sowas. Ja, ähm, sollen wir, ich glaub nämlich, dass das mit Niklas und so nix geben wird, jetzt direkt demnächst die, n, Server für 90 Tage holen, oder? Und weiß ich nicht. Sollen wir es lassen. Hm. So, und alsnächstes ist die, äh, den Zauber für 90 Tage. Das sind, glaub, 21, 21 Euro, ne? 21, aber was, ist immer noch 24? Hm, weiß ich nicht, 21, 24, also ich will jetzt aber auch nicht nachgucken, ne? Ja, ne, ist uns egal. Ich bin, wir haben mir das Geld, ne? Ja, toll. Ja, ne, das ist eigentlich auch, aber der Arsch hat ja kein Internet. In der Netz hat er schon, aber scheiße lahm. Boah, gleich ist mein Eisenachs kaputt. Toi, Mann, ich kann nix mehr abbauen gehen. Wieso? Weil ich jetzt vielleicht sterbe. Wieso? Ich hab nur noch ein Fleisch, also ein Leben, ein Hungerpunkt. Aber dann stirbst du nicht. Ach, nee, dann geht das nur, ja, dann geht das nur bis zur Hälfte, ne? Ja, dann bin ich trotzdem weiterhin so lahm im Arsch. Ich hasse es, lahm zu sein. Im Haus wird grad, äh, Essen gebrannt, ne? Oh, das ist gut. Oh, kann ich meinen Lieblingsofen bauen? Dein Superofen? Ja, okay, ich sag so, anders genug, mein Faulheizofen. Oh, da tue ich jetzt was. Also, du tust oben auf den Ofen einen Trichter, äh, an die Seite tust du einen Ofen einen Trichter und unten tust du eine Kiste und auch wieder einen Trichter. Na, brennt der alles selber und füllt auch alles selber. Dann musst du nicht eigentlich dahinter laufen. Nein. Nur, indem du kriegst du blöderweise die Punkte nicht, das ist ein einziges Blöder. Nein, darfst du nicht. Mann, oh. Was, wegen den Punkten? Ja, genau, weil ich Level 28 bin. Tja. Ich glaub, das reicht erstmal ein Holz. Komm mal, Quarte, ich hol mal alles, alles Holz, was ich hab jetzt und tust du das dann mal... Ich hab grad mal 25 Stück. Ja, egal, das wird... Wir fahren noch normales Holz am besten, okay? Ich fahr mir gerade nur normales Holz. Ach, so, ich hab noch... Ach, übrigens, Wachter, ich bring dir dein Essen vorbei. Wo bist denn du? Äh... Welches muss ich jetzt vorlesen? Z oder Y? Ach so, du guckst bei F3, aber dafür schaffst du irgendwie nicht gucken. Hm... Weiß ich nicht, Wachter. Ja, warte, ich laufe wieder ein Stück zurück, da sind die keine Probleme in die Richtung. Ja, ich tp dich einfach, tp... Ach, Janik... 009... So, DirectX. Ach, ich heiße... Stimmt, ich heiße jetzt anders. Warte, 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 ich hab grad Holz. Naja. Ach so, ich hab das nie vergessen, bei dir. Oh, zu... Oh, zu... Oh... Ich bin traurig. Heurum. Okay. Nein, ich weiter nicht. So, jetzt... Ich kann wieder rennen. Kohle. Aber ich glaub, Kohle haben wir erstmal noch genug. Ja, aber gibt's hier keinen normalen Wald? Hm, doch, wenn du weiter hoch gehst. Da war ich auch schon. Ja, aber das ist auch nur so'n... ...ein anderes Wald. Schön normales. So... Dann baue ich mal weiter. Ach, übrigens... Nachher... ...lust... ...neu Texapacker. Na? Kann das sein? Kann das sein? Na, du redest... Mit ihm redest du? Jo. Ich weiß... Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Ist mir auch egal. Eigentlich. Weil die schuldige Welt ist sowieso vom Server wiederum. runter. Ja. Ähm... Fail. Ja, nochmal fail. Geil. Perfekter fail. Äh... Das... Da muss das... Haben wir noch Glas? Glas, 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 Glas. Genau, Glaschein. Hm, 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 hm. Ey, scheiß, die Kuh verpiss dich. So. 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 Ich hab die da schon wieder hin. Da ist die eigentlich nur mal die Kuh. So, jo. Naja, ich, ähm... So. So. Da fehlt mir genau so ne beschissene Glasscheibe, ne? Genau eine beschissene Glasscheibe. Komm ich doch Wasser hin. Hehehehe. Ne, ne, das sieht blöd aus. Ne, was macht ihr denn? So. Da kommt's. Stoß 2. Ja, das... Ich weiß gar nicht. So. Ich weiß nicht Scheiße, oder? Warte. 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 Warte, bleib mal kurz hier, bleib mal kurz hier. Warte, bleib mal kurz hier. Wie sieht das aus? Scheiße, ne? Hm. Naja, so übeln und nicht, aber... auch nicht gerade superschön. Sieht aus wie ne Fratze. Jetzt nicht mehr. Und so. Und da kommen noch 2. Kann man da... Hast du noch ne... Hast du noch ne... Hast du noch ne Glasscheibe? Nein, hast du 2? Nein, hast du 2? Da rein. Da rein, ne? Das ist sehr geil. Und hier so dazwischen. Hier. Ne, ne, eins da drüber. Ne, ne, eins da drüber. Hier? Ja, und dann jetzt da hier. Ja, und dann hier zwischendurch der Stein. Kann ich machen... So. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, sie sah nicht gerade meist darauf aus. Ja, aber wir können das ja auch noch später verbessern, ne? Ja, na, okay, ich geh doch mal schnell die Bäume setz. Ja. 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 Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Du hast ja auch schonassa. Sagen wir es so Mh, geht das überhaupt auf? Ja, geht's. So. Janik? Ja? Farm wie Erde. Was willst du mit Erde? Okay, das alles ausgleichen, damit das alles gerade ist, weißt du. Von wo an? Also hier am besten so schon gerade machen. Und dann später so machen, dass das dann echt aussieht, weißt du? Also nicht dann später so gerade Linien ziehen, sogar, dass das so, als wäre das so entstanden, so machen, weißt du? Okay. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange sind, nehmen wir schon auf. Hm. Weißt du das? Nö. So. Der Server leckt. Kann das sein? Leckt der bei dir? Bei mir nicht. Bei mir nicht. Bei mir leckt der. Nö. Warte mal kurz, ich steck mal kurz mein, äh, Kabel hier an, am, am, vielleicht krieg ich dann eine bessere Verbindung, wenn ich jetzt mal hier, alter, guck mal ey, mein, das bewegt sich hier, obwohl ich hier nicht mal meine Maus, so. Boah. Das liegt bei mir, alter. Naja, das sieht scheiße aus, wenn hier Stein ist. Also überall wo Stein ist, nochmal so fett erde, nochmal, ne? Ja. So, so. Oh, noch weiter? Ja, also das hier auch schon, bisschen so geschnitten aus muss, so machen, dass das auch so realistisch aussieht, weißt du? Ach so, das meintest du, ja, okay. Weißt du, ja, also, und hier. Weißt du, wie, bist du dir sicher, dass dann, wenn jeder auf dem Server, also, wenn wir dann zum Viertes draufzocken, dass hier das ist? Ja, das ist schon klar, aber, dass dann, äh, alles, äh, also jeder alles für sich bildet, das ist scheiße. Ja, das müssen wir noch abklären. Ja, das müssen wir noch abklären. Ich würde sagen, die Wertsachen behält die da für sich. Das Essen, alles wird zu einer Lagerstelle geschickt. Und sich halt missen. Alter, der Lagerlack bei mir, richtig, ey. Ach du mal kurz, bin ich jetzt mit. Oh, ich glaube, ich bin mit dem falschen, äh, Router verbunden. Ja, wie sowas nur passieren kann. So, ich habe jetzt mal Internet geschlossen. Trotzdem ist es nicht besser. Hm, ich weiß nicht mehr. Ich mache mal der Fold jetzt. Wie viel Leer da hast du? 1, 1, 2, 38, 1, 2, 6, und 18. Ich weiß nicht, wo ich noch abk, wo, wo. Also, lass uns hier. Erde hinklatschen. 4, Erde. Und das ist ein großes Ätzend. Ach. Ich sollte für den Klettern auch noch ein Dorf suchen gehen. Aber der hat doch Rick, der kann doch eh nicht Minecraft spielen. Ja, erstmal wegen seinem Internet. Ja, weil er ja nichts auf seinem Rechner kriegt, oder? Doch, der hat irgendwie Internet, aber das ist richtig scheiße lahm. Toll, dann soll er sich dringend mal ein Laptop holen. Habt ihr gesagt, mein Vater verkauft ja einen? Ja... Hm? Ja? Ja? Ja, aber will das jetzt noch alles ausfüllen, oder? Will das jetzt noch alles ausfüllen, oder will das alles so wieder echt ausfüllen? Weil das Haus heute schon irgendwie groß werden, ne? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie groß das gerne haben wird. Sehr groß. Ich nehme mal kurz, das ist ein anderes Texter-Pack, ich weiß nicht. Ich nehme das von Janina Craft jetzt, mal schnell. Sieht auch nur schlecht aus. Ich muss mal kurz hier nochmal. So. So. Jetzt habe ich... Boah, das sieht irgendwie auch geil aus. Das Texter-Pack war ich hier benutzt. So. So. Ich habe keine Erde mehr. Komm mal her. Die schenke ich dir sogar. Oh. Damit du weiter... Farmen gehst. Ich soll jetzt weiter Erde abbauen. Ich soll jetzt weiter Erde abbauen. Ach, den Monsterstein habe ich jetzt nicht geholt. Oh je. Oh je. Oh je. Hey, ich gehe jetzt die ganze Zeit weg, ne? Und dann baue ich aber nicht so rauzentig, oder wie auch mal du das gerne haben willst. Hey, cool schon. Ich habe hier einen Höhleneingang. Ach du meinst. Ach, die geht ja sicherlich runter. Ach, da wart ihr schon. Ah, ja da waren wir. Ach, da wart ich schon. Oh, das ist ein schöner großer Hügel. Oh, das ist ein schöner großer Hügel. Den magst du, ne? Ich mag üben. Ich mag üben. 1, 2, 3... Ach, warte mal. 1, 2, 3... 1, 2... Ich weiß nicht, wie soll ich das machen, ich mach jetzt mal hier die Türen zu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ich weiß nicht, ob das später schäbig aussieht, deswegen 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mit. Ja, ein kleines bisschen lag der Server bei mir. Vielleicht liegt es einfach jetzt nur an meiner Internetleitung. Obwohl wir eigentlich schon eine Hunderttausendeleitung haben. 1, 2, 3, 4, es wird schon wieder Nacht. Tja, es wird jeden Tag Nacht. Tja, es wird jeden Tag Nacht. Boah Junge, was war das Ding gerade? Boah Junge, was war das Ding gerade? Hat man das gehört? Ja. Nee, ne? Hahaha. I love, I love, Alter. Was war das? Ja, hat deine Schwester einen fahren lassen? Ja, von draußen. Scheiße, ist das Ding laut. Scheiße, ist das Ding laut. Schlag den Typ mal, ich finde. Ist ja fast schon eine Ruhestörung. Ich weiß nicht, wach klar. Was, was wird. Weiß du was du direkt mitfahren darf? Sand sexper Guise No, na zwei, ich bin mal gar nicht dann, wo Sand ist. Entschuld. Ähm, sprograrily Ich weiß, was ... Mach mal, ich hab jetzt. Ich habe jetzt 5 Stacks Erde, also gehe ich jetzt Sand zu holen. Die werden reichen, denke ich mal. Ich habe viele Schweine gefunden. Ich habe sehr viele Schweine gefunden. Es geht nicht, dass die Fenster so groß sind. Ja, ich meine... Wenn dich da durch den Creeper sieht, der jagt sich nicht direkt vor der Scheibe in die Luft, oder? Nein, das machen die nicht. Ich habe es nur nie getestet. Es muss gleich noch was gemacht werden. Ja, ähm... Ja. Also du darfst jetzt entscheiden, ob du das machen willst, oder soll ich das machen? Sag mir jetzt mal was es ist. Ja, viel Spaß. Ich bin gerade gar nicht da. Ja, viel Spaß. Ich bin gerade gar nicht da, wo du bist. Schon wieder viel geschlagen, Alter. Was ist damit los? Ja, egal. Ich... Nee, ist nicht egal, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass das gar nicht scheißegal ist? Ja, fragst du jemandem, wo der das speichert, ne? Ich meine, wenn du die jetzt kopieren willst, die Welt, dann... Ob das da noch drauf ist, wissen wir ja nicht. Ich gucke einfach gleich mal nach. Oder warte, da gibt's irgendwie... Ja. ...einen Comment, wo man... äh, das... äh... Ach. Wo man die speichern kann. Was heißt eigentlich, Pardon? Ich kann auch entschuldigen, weil das ist französisch. Alter. Schon wieder ein Schippe-Marsch. Schon wieder ein Schippe-Marsch. Schon wieder, Alter. Ja, will nicht, geht nicht, irgendwie. Na, musst du nach dem, nach dem, nach dem Let's Play mal gucken, ob du das trotzdem noch... ...nur das kopierst. Wär blöd, wenn nicht, ne? Warte mal. Ach, ich bin... Ich... so... Ich hätte jetzt gesagt, sonst mach ich das mal von, äh... ...von der Konsole aus... ...versuchen. Wie, von welcher Konsole? Wie, von welcher Konsole? Von der Konsole aus, die Welt zu speichern. Ach so. Siehst du auch was? Ach so. Ist doch schon klar. Ja. Ja, ich hol noch ein bisschen Sand mit, also... ...brauchst nicht, äh, alles zu fahren, ne? Ach, ich hab schon zwei Sticks. Ich brauch... Ach, ich hab schon zwei Sticks. Na, ich bin ja auch dabei. Na, ich bin ja auch dabei. Ach, scheiße. Weißt du, ne anliegende Wüste... Weißt du, ne anliegende Wüste wär viel geiler zum Sand zu fahren. So, ja. So, dann versuch ich's nochmal. So, dann tue ich das Sand, den Sand, äh, so lang hier rein. Und dann würde ich sagen, dass, äh, wir uns im nächsten Part hin, oder? 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 Oder... Ich weiß nicht, ob das so lang war. Aber egal. Naja, bis zum nächsten Part. Tschüssi. Tschööööö. Ja, das war so.